Ja, kurze Info für heute für euch, 22 Uhr Livestream Horizon Zero Dawn, heute um 22 Uhr probieren wir es wieder mal, ja ihr seid herzlich eingeladen, keine Sorge MX Freunde, vielleicht schaffe ich am Samstag Nations Cup live zu streamen, habe ich jetzt auch vor, aber hier auf meinem YouTube Kanal, ist mir momentan aktuell ein bisschen sympathischer, bin ich bei Switch gerade, Twitch, nicht Switch, und ja, ihr seid so kurz Gameplay vom Zweierteil oder vom zweiten Part, vom Vormittag, der um 10 Uhr online ging, also ruhig in der Playlist und auf meinem Kanal reinklicken, wenn ihr das noch sehen wollt, vor dem heute 10 Uhr, 22 Uhr Stream, halbe Stunde hier, habe ich so mal aufgenommen, ohne Stream, und ja, wenn ihr wollt, heute um 22 Uhr bitte gerne einschalten, da streamer circa 22 Uhr, weil ich nicht so hundertprozentig sagen kann, es kann auch ein bisschen danach sein, ein bisschen früher, vielleicht sogar auch, also, hm, lasst euch mal überraschen, um 10 herum, um 22 Uhr, plus, minus, sagen wir mal, wenn es ganz grob ist, eine halbe Stunde, plus, minus, aber eher, es wird sich eher in einem Viertelstundbereich bewegen, sag ich mal, plus, minus, 22 Uhr herum, danke, wir sehen uns, und ja, bis dann, ciao, ciao.